Wie viele Lieferungen sind gekommen, da haben wir die Rechnungen. Typischer Wettbewerb. Mal schauen, was gold ist da. Da ist immer als erwartet. Malzlieferung. Was haben wir denn da? Das schaut teuer aus. Oh, eine Urkunde vom Bierselection. Sauber. Den ersten Platz im Festbier. Wahnsinn. Goldmedaille beim Meistersucht. Und Granda Export auch Gold. Kloser Seher Helgort. Und bayerische Gold. Ich glaube, da trinkt man jetzt einen. Das müssen wir feiern. Dann alles drin ist. Ja. 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 Untertitelung. BR 2018